einen wunderschönen guten abend meine lieben das ist eine super leckere süßigkeit und 22 uhr spätestens aller spätestens 22 uhr kommt eine riesen fette überraschung 22 uhr auf instagram gibt es eine riesen riesen überraschung ich freue mich unfassbar euch das endlich zu zeigen zu erzählen zu präsentieren ihr wisst bescheid das alexia was ein fresher style die frechste managerin in ganz deutschland die ist gefühlt gefühlt 14 14 jahre alt und das ist der frechste kennig in ganz deutschland alter wir haben es bruder ich habe es mir anders überlegt 21 uhr 30 machen wir es öffentlich die überraschung kommt 21 uhr 30 jo was geht ab ich bin es az von der kman gang ihr habt richtig gelesen wir machen eine listening session knapp zwei monate vor album release habt ihr die möglichkeit mit uns gemeinsam in das album rein zu hören das komplette album zu hören ihr seid mit uns unterwegs am 29 7 starten wir in düsseldorf am flughafen fliegen mit den treuesten fans zusammen nach pristina werden ein komplettes wochenende da verbringen natürlich alles auf unserem nacken checkt den letzten beitrag ab kommentiert warum du unbedingt mitfliegen musst die teilnahmebedingungen seht ihr unter dem beitrag das ist die geilste aktion die ich persönlich oder wie er besser gesagt jemals gemacht haben wir freuen uns auf jeden einzelnen mitmacht ich hoffe du gewinnst und ja man lasst uns alles abreißen zerfetzt die kommentare wir suchen uns die gewinner aus und die gewinner werden benachrichtigt die aktion geht bis zum zehnten bis zum zehnten könnt ihr kommentieren ja man die gewinner suchen wir uns aus die werden benachrichtigt ihr erhaltet dann auch den kompletten plan wie wo es genau startet und ja man in kosovo warten auf euch riesige überraschungen es geht weiter und haltet die augen und ohren offen in den nächsten tagen bei snipes und bei amazon die verlosen auch tickets und ich freue mich auf euch alle kann wenn es die gang ist bescheid